Deine erste Fahrt mit einem Wohnwagen kann durchaus eine Herausforderung sein. Mit unseren Tipps bist du bestens vorbereitet. Dein Team Weinsberg erklärt dir alles zum Wohnwagenhandling. Und das in unter zwei Minuten. Damit du während der Fahrt den Überblick behältst, montiere zwei zusätzliche Weitwinkelspiegel an deinem Zugfahrzeug. Ist dein Caravan breiter als dein Pkw, ist das sogar verpflichtend. Wegen der Größe ist dein Wohnwagen windanfälliger und du musst vor allem bei Seitenwinden aufpassen. Wenn es mal windig wird, hilft starkes Gegenlenken. Aber bloß nicht zu viel. Denn das Gewicht beeinflusst nicht nur das Handling, sondern auch den Bremsweg. Deshalb unser Tipp, immer mindestens den doppelten Sicherheitsabstand einhalten. Bei Kurven denke immer daran, dass dein Heck ausschert und du innen die Kurve schneidest. Daher immer weit ausholen und einen großen Bogen fahren. Bei Berganfahrten gilt besondere Vorsicht. Bedenke, dass dein Caravan das Zugfahrzeug bergab anschiebt. Daher gilt folgende Regel. Bergab nicht schneller als bergauf. Auch beim Rückwärtsfahren gibt es einige Dinge, die es zu beachten gilt. Wenn du während dem Rückwärtsfahren bremst, kann es sein, dass der Caravan noch einige Zentimeter nachrollt. Deshalb immer genug Platz lassen. Verkehrte Welt beim Rückwärtsrangieren. Wenn du das Lenkrad nach rechts einschlägst, dann schwenkt das Caravan-Heck nach links und umgekehrt. Zur Sicherheit kann dir eine weitere Person beim Rangieren helfen. Erfolgreich aus der Wissenslücke gekommen? Dein Team Weinsberg wünscht dir eine tolle Zeit mit deinem Caravan.